...können oder, also bitte nicht den deutschen Begriff des Wortes punchen, sondern den englischen. Celex beschwert sich auch nicht. Schon mal das erste Indiz dafür, dass da kein Foul vorliegt. ...dich brutal effektiv. Das Potenzial. Erstmal klappt das mit dem Tänzchen nicht. Aber Doppel los, hat da nochmal leichte Schwierigkeiten. Feldhahn, Ball kommt an bei Scott, da ist Chi, der 17-jährige deutsch-amerikaner im Januar aus. ...der natürlich jetzt der Vermehrt jetzt hinten links spielen wird, nach dem Platzverweis gegen Schärf in diesen letzten Sekunden. ... der Bayern-Amateure gerne annimmt. ...der Verteidiger, Legende hier, Meister geworden letzte Saison. ...Gente der Bayern. Zwickau nicht wach in diesem Moment. Und Chi mit guter Spiel erhöht. Da sieht es jetzt stark nach direktem Aufstieg aus, schon am 37. Spieltag für Dynamo Dresden. So, kann diesen Ball nicht festmachen, Chi. Und zurück. Neidhardt bringt den Ball zum zweiten Pfosten, Riede legt quer. Chi, der da auch wieder cool bleibt. Und wird weiterhin nicht allzu viel da vorne im Zusammenspiel vor dem gegnerischen Strafraum. Die letzten zwei Minuten dieser ersten Halbzeit. Das waren klasse Schwierigkeiten da. Scherfsball kommt nicht an. Und Schell marschiert. Zwei hat er schon mal abgeschüttelt. So, die Bayern bauen auf über den neuen Mann. Zehnjährigen in der Viererkette. Mick Kölz. Gut. Aber sie fiel. Justin Che. 50 Minuten durch. Der Ball von Chi auf Sieb. Das ist noch mal mehr ausgeprägt. Eben auch aufgrund dieses Debuts von Justin Che. Da haben wir auch ein Auge.